Hallo und herzlich willkommen zu Europa Universalis 4. Mein Name ist Gaius Julius Caesar und wir sind zurück beim Römischen Reich. Ja, und weil es bei den letzten Videos leider zu ein paar Verzögerungen gekommen ist zwischen der Tonaufnahme und der Bildaufnahme werde ich jetzt mal versuchen kürzere Videos zu machen um zu sehen, ob das Problem damit gelöst werden kann. Also wundert euch nicht. Gut, aber dann machen wir mal weiter. Wir hatten hier zuletzt eine riesige Gebieteroberung von Polen. Jetzt ist die Frage, gegen wen wir uns als nächstes wenden. Österreich ist mit Skandinavien verbündet. Das ist schlecht. Und Skandinavien würde auch deutlich helfen, falls wir sie angreifen. Schade. Ach genau, was wir nicht vergessen sollten, ist unsere Vasallen zu annektieren, falls dies möglich ist. Hier Litauen. Zack. Wird annektiert. Dann haben wir nur noch Böhmen eines weiteren Vasallen. Ja, allerdings glaube ich kaum, dass wir Böhmen noch integrieren können. Dafür mögen sie uns leider nicht so sehr. Nein. Ja. Genau. Böhmen wir auch mal, was wir auf diesem Seite conocen. Also machen wir noch mal. Ja. Wir spielen. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ja. Ja, ja. Ach, stimmt, Leute, wir haben doch Sachsen befreit. Können wir Sachsen? Nein, da war doch irgendwas. Ach nein, stimmt, wir besitzen sächsische Kernprovinzen, deswegen können wir sie leider nicht vassalisieren. Der Rest hasst uns wegen unserer starken Ausbreitung. Die Russen sind mit niemandem verbündet und auch der Waffenstillstand hat schon geendet. Aber stimmt, wir wollten noch gegen Persien hier. Noch das holen, was uns zusteht. Wo sind da unsere Armeen? So, mit wem ist Persien verbündet? Ja, oh nein. Mit hier riesigen Mächten in Indien. Und die werden wahrscheinlich auch beide helfen. Ja, leider. Dennoch werden wir ihnen den Krieg erklären. Wenn wir wenigstens hier unsere Puppenwünzen versuchen zu holen. Dafür werden wir noch eine weitere Armee nach Südosten schicken. Und natürlich dürfen wir die Konvertierungen nicht außer Acht lassen. Und natürlich dürfen wir die Konvertierungen nicht außer Acht lassen. Die Pest. Ja, wir haben genug Geld. Ja, können wir das ruhig bezahlen. Und wir schicken direkt auch Armeen in das neu eroberte polnische Gebiet. Jetzt haben wir sogar einen Drei-Sterne-General erhalten. Sehr gut. Und hier haben wir auch unsere Armee. Erobert Voronezh. Wem gehört denn Voronezh? Schauen wir doch mal. Wahrscheinlich Russland, ja. Na gut, dann machen wir das als Mission. Als letzter Krieg wird ein großer Krieg gegen Russland. Bald folgen. In diesem Sinne sollten wir unbedingt noch weitere Armeen ausbauen. Gut, 15 Kanonen und schön viele Infanteristen. Gut, das sollte grob reichen für eine Armee. Und wir haben die Belagerung von Mazzandaran gewonnen. Ich würde sagen, wir marschieren hier weiter zur nächsten Festung. Und wir werden die Armee in Muskat angreifen. Und das Ereignis Flandern tritt der Republik bei. Ei, ei, ei. Das hat sich dann mal gar nicht gelohnt, Flandern zu befreien. Na, ganz toll. Ja, wir werden die Kolonialkrenzen auch erweitern. Das hat sich dann mal gar nicht gelohnt. So, und unsere Armee hier doppelt stark mit einem 3 Sterne General marschiert gegen die persische Armee. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Armee gewiped wird. Jawohl, hohe Verluste und gewiped, ausgezeichnet. Gut, und mitten in diesem Krieg wird die Folge erst einmal beendet. Wir sehen uns dann aber gleich bei der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal also, euer Gaius Julius Caesar.